Was ist denn, wenn wir da einfach hingehen? Das geht ja auch nicht. Das Schlimme ist, du kannst in Minecraft ja nur mit ganzen Blöcken bauen. Wo ist unser Deko-Tisch? Ich glaube, an der Wälder werde ich aber auch nichts finden, also nichts kleines. Weil ich müsste den hier einmal komplett rum dann bauen. Ist ja schlimmer. Bis da zur Fensterhöhe. Der müsste bis da oben hin, wenn ich ihn richtig sehe. Äh, das ist, das ist anders, ne? Das ist anders. Wobei, wenn ich mir das so angucke, könnte der Bürgersteig ruhig noch einen höher, ne? Dann könnte der Bürgersteig noch einen höher. Ernsthaft? Noch einen? Hm. Dann würde es mich wieder anders aussehen, ne? Wo ist denn meine Axt? Meine kleine, süße? Meine kleine, süße Axt. Die ist da. Die ist da, die ist da, die ist da. Wir gucken jetzt einfach mal, wie das aussieht. Wir gucken jetzt einfach mal, wie das aussieht. Dann wird jetzt automatisch zum Bruchstein. So, dann gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir da jetzt einfach eine Reihe dran setzen. Ob das dann besser aussieht. Wo haben wir den da, ne? Ich brauche die. Die und die. Was hat sie gesagt? Dann käme da wieder der Stein hin, ne? Den da hin. Den machen wir da rein. Ein bisschen Stein habe ich ja noch. Ein bisschen Stein habe ich ja noch. So. Das. Die erstmal da hin. So. Dann verkleiden wir den wieder. Na guck, was soll's. Den brauche ich. Den Stein kann man da hin. Ja, was denn ist das denn? Das ist auch so richtig intelligent bin ich. Schieß den Eigentum. So. Das würde ein. So. Würde besser aussehen, ne? Würde ich jetzt mal glatt behaupten. So. Dann machen wir hier mal den Dings drauf. Die drauf. Dann passt das nämlich auch. Dip, 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 dip. Jo. Dann können wir den eigentlich einen höher setzen, ne? Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das passt da auch. Bruchstein haben wir auch noch ein bisschen. Ja. Könnte man eigentlich so lassen. In der Tat. In der Tat. In der Tat. Können wir ihn wieder so lassen. Sehr schön. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Wie das dann so am Ende des Tages aussieht, ne? Das heißt, wir müssten ja im Endeffekt dann die auch alle nochmal rausholen. So. Die auf. Den unteren auf. Ne? Auf jeden Fall den unteren. Weil dann versuche ich so wenig wie möglich das abreißen zu müssen. So. Ne. Und den da hin, ne? Hallo. Psycho ride. Ring Ding. Ring-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Ich spiele nicht, ich baue. Ich baue im Minecraft. Ich hab keine Steine mehr. Dann pack mal die da rein, ne? Den da hin. Den da hin. den dahin wie war dein tag und wie war ein wochenende ich baue in witcher 3 nein andersrum ich baue in minecraft die witcher 3 welt nach so habe ich nur irgendwo bruchstein nein ich muss meine tasche da einmal hoch dann da hoch da ist der tor da rein raus 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 die können auch raus ein bisschen platz sparen so das haben wir das haben wir das haben wir die können auch raus ne warte die kann man unten ein sortieren nicht einsortieren sag mal schnell die können wir einbauen gleich die können wir in ruhe einbauen gleich dann lass uns auch noch bruchstein ein bisschen bruchstein so haben weder bruchstein ein reichen da komm ich nehme die mit die müssten ja fast reichen so dann lass uns doch mal gucken wilfried winfried ich sehe dich ich sehe dich und da läuft benada rum winfried und benada und friedolin friedolin haben wir ja auch noch friedolin unser rentier friselin 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 so so dann müssen wir nur gucken wie wir das machen mit der säule dann nachher wieder ne hallo bär ja ist so gut jetzt höre dann meckern auf so das sieht doch gut aus der sieht doch gut aus so dann können wir hingehen da sollst du doch gar nicht hin was ist denn los warum sind die denn so aggressiv hau ab spring da runter mensch kann doch nicht sein denn da hin denn da hin was ist denn los hier hä ja höre das meckern auf komm spring da runter fall da runter ha ha selber schuld mensch so das haben wir das haben wir das haben wir das sieht doch gut aus so jetzt haben wir immer noch das gleiche problem wie kriegen wir jetzt die verkleidung da dran und außerdem ist es ein sehr großer türbogen ne das ist ja das haben wir ja auch noch das problem die müssen wir jetzt irgendwie die weil ich dachte alles ist ja sowieso nicht in minecraft ne das ist ja das was ich immer sage da ist das löschlein da kriegen wir auch noch zu so dann können wir hier weiter machen und wir hatten da da ist das fenster dann kommt da das doppelfenster und dann kommt hier noch raus dann geht es da nämlich weiter blauer trockenbeton blauer trockenbeton ungefähr ne fenster 2 raus da kommt nämlich die quarzsäule wieder das heißt da geht es schon wieder bergab ne den brauch ich gar nicht reinsetzen dann geht der nämlich sowieso wieder runter das funktioniert ja noch gar nicht 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 so das haben wir das hier geht es dann bergab hab ich gesagt ne da müsste nämlich da nämlich drei rein quasi der müsste mich da schon tiefer der geht von da von da nach da geht der tiefer da könntest du was sind das fünf ja dann machen wir das wir müssen gucken ob wir den irgendwie tiefer kriegen meine verkabelung löst sich oh wie will das nicht halten dann muss man da da kommt blau hin habe ich gesagt ne du sollst da reingehen du sollst da reingehen so was habe ich blau 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 nein das ist blauer beton das zeigt er mir nicht an das zeigt er mir nicht an blueschitz blueschitz blauer beton das ist er doch könnte nämlich der da rein so jetzt müsste ich eigentlich da ist die säule so ne die zweite hatte ich da gesagt das heißt er müsste da raus da rein dann passt das nämlich auch so die komplette wand der raus und hinten kommen wir sowieso blutschiss machen das ist egal das interessiert sowieso keine hier kommen eben auch die rassische erde reinknallen die muss ja sowieso hier hin bis da genau und dann bis da wir bräuchten mal lichten wir uns verkehrt so ein paar fackeln werden uns verkehrt wer jetzt gold wird so ein paar fackeln dann ist nicht gold wird so was habe ich gesagt bis da dann mache ich damit den blutschiss dann den rest zu dass wir dann oben so viel bruchstein wie möglich haben dass wir dann da so das haben wir nicht mehr dann haben wir hier blutsch ist ne wobei bruchstein hätten wir eigentlich genug ne die könnte man wegpacken die sind ja auch uninteressant die braucht kein mensch bis da muss ich ne da könnte man nämlich den rest wirklich mit den dings dann zu machen im grunde müsste das schon fast reichen so dann nehmen wir die seite dann kriegen wir nämlich zumindest die außenwände drauf hoffe ich so es sollte passen das ist ja nicht mehr viel und hinten an den außenwänden zumindest an den wänden die innen liegen also zum innenhof hin hast du sowieso keine wände keine fenster also ist das da auch egal dann können wir nämlich einmal durchziehen anschauen und dann können wir das auch hier